Hallo, ich bin Erik und ich will nur noch mal kurz die Welt retten. Wie ich auf die Idee gekommen mit dem Rescue Day? Das Lied von Tim Bansko ist eigentlich immer so in meinem Kopf gewesen, wenn es um die jetzige Zeit geht. Aber das ist auch schon früher angefangen in meiner Kindheit. Ich bin mit meinen Brüdern aufgewachsen und wir haben viel diskutiert und geredet und wir haben halt auch mitgekriegt, Club of Rome, Entropie. Irgendwie sieht es nicht gut aus mit dem, wie wir mit der Welt umgehen. Und als Heranwachsender war es mir halt klar, die planetaren Grenzen werden irgendwann erreicht werden. In diese Welt setze ich keine Kinder mehr. Das war so mein Entschluss daraus und das passende Lied dazu ist Der Traum ist aus von Rio Reiser. Aber wie es so ist, der Plan lief anders. 1992 ist meine erste Tochter geboren und mein eigentlicher Plan, jetzt in Paris Closard zu werden, wurde absurdum geführt, weil ich musste mich um meine Kinder kümmern. Gleichzeitig ist Rio gewesen, die erste Weltklimakonferenz, wo eigentlich darauf hingewiesen würde, dass wir so mit denen, wie wir auf der Welt wirtschaften, nicht weiter klarkommen. Und getreu dem Motto, was ich mir vertraut gemacht habe, dafür bin ich verantwortlich, hieß es für mich dann so, du musst die Welt retten. Und ja, das hieß für mich, einmal mein Leben komplett umkrempeln. Also nicht mehr darauf hinzugucken, was passiert, sondern es aktiv versuchen zu verändern, wie die Welt untergeht. Und das war für mich im Kleinen der Weg, dass ich angefangen habe, im Bioladen einzukaufen. Das war Anfang der Neunzeiger noch sehr exotisch. Ich habe keine synthetischen Klamotten mehr gekauft. Flugreisen waren für mich tabu. Und ich habe mein Auto verkauft, so nach Devise. Das geht jetzt auch nicht mehr. Und das passt zu den drei, vier Fs von Maja Göpel. Fliegen, Fleisch, Fummel und Finanzen. Bei den Finanzen habe ich nicht so ganz mitgemacht, weil es gab nicht viel zu investieren. Aber damit ging es dann los, dass ich mich aktiv dafür eingesetzt habe, was für die Rettung der Welt zu machen. Und um jetzt noch hier auf diese Räume zu kommen, ich glaube, ich habe hier vor, in den Ende der, Mitte der 90er das erste Mal frei gesprochen. Auch das einzige Mal als AStA-Referent, weil ich habe zweimal versucht zu studieren. Und das hat familiär noch nicht geklappt, als allein anziehender Vater und zwei Kinder. Das passt nicht. Aber ich habe mich hier um das Leitbild der Fachhochschule mal gekümmert. und virtuelle Fachhochschule und den ganzen Kram. Da habe ich mich als Kulturreferent und als Senatsmitglied darum gekümmert. Also meine Professoren kannten mich eigentlich nur aus dem Ausschusssitzenden, aber nicht aus den Vorlesungen, weil da war ich bei meinen Kindern. Und dann, nach vielen Nebenjobs, bin ich in die Wasserstoffbranche eingestiegen. Also das Bereich Hindenburg-Unglück oder Hoffmannscher Wasserversetzer. Wasserstoff war immer so, oh Gott, wie gefährlich. Und da war es für mich darum, ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs, ich muss diese Technik bekannter machen. Und wenn man sich überlegt, zu dem Zeitpunkt, als ich das eingestiegen bin, gab es auf der Welt 5000 Menschen, die in dieser Branche gearbeitet haben. Und die hatten sich angeschickt gegen die Erdöl, die Automobil, die Energiebranche gegen anzustecken, was natürlich völliger Irrsinn war. Und in der Branche habe ich halt festgestellt, dass es sehr große Widerstände gab. Also wie wir behindert worden von den großen Konzernen, wie dieses Thema sehr schwer zu verbinden war, also in das Bewusstsein der Menschen. Und mit dem Widerstand habe ich halt gemerkt, es ist verdammt schwer, die Welt zu retten. Und in den Jahren gingen dann halt die Klimakonferenzen und Katastrophen einher. Es ging zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück, einen nach links. Es passierte viel, aber im Ganzen gingen die Kurven alle nach oben. Die Temperatur stieg, der CO2-Aufstieg stieg. Also alles, was eigentlich gemacht werden sollte, wurde nicht gemacht. Und dann kam Greta. Und 2018, als sie die erste Rede in Katowice gehalten hat bei der Weltklimakonferenz, keimte wieder so ein bisschen Hoffnung auf. Und ich war erfreut über den Schmetterlingseffekt, den sie damals erreicht hatte. Dass sie halt mit ihrer Bewegung es geschafft hat, das weltweit in eine Bewegung hervorzurufen, die halt sehr viele Themen auf die Agenda gebracht hat, die es vorher nie so geschafft haben. Und gleichzeitig kam mit dem, was Greta kam, auch so das Ding Fuck you Greta. Das bedeutet, in der Bevölkerung kam auch ein Widerstand auf, weil ganz explizit auf Veränderung hingewiesen wurde. Und wie man aus der Hirnforschung weiß, stoßen Veränderungen bei 80 Prozent der Menschen eigentlich auf Widerstand. Also nach der Wiese, da kommt der Säbelzahntiger, das will ich nicht. Und das in Verbindung mit dem, dass halt auch Lobbyisten auf den Plan gerufen wurden, so, oh Gott, die Bewegung ist so groß, die könnten uns unsere Fründe wegnehmen. Aber wir wollen auch weiterhin Öl verbrennen, bis es nicht mehr da ist. Oder unsere Industrien oder das, was wir tun, weiterführen. Und da bin ich halt irgendwie, ja, das war so halt der Punkt, wo ich auf der einen Seite in die Ohnmacht gefallen bin. So gedacht, das geht irgendwie nicht weiter. Und jetzt in diesem Sommer wurde ich durch eine Chemotherapie komplett ausgebremst. Ich hatte nur noch ganz wenig Leistung und hatte unendlich viel Zeit, dieses Device zu benutzen und auf LinkedIn, Facebook, alles irgendwie mir anzugucken, was irgendwie derzeit im Klimawandel, in der Klimabewegung und in dem Widerstand halt so ist. Und habe dann halt festgestellt, dass da passiert irgendwie nicht das, was das passieren sollte. Und dann habe ich halt auch gemerkt, dass halt sehr viel auch daher kommt, dass wir abhängig sind von dem Verhalten, was wir gerade führen. Also die weiß man auch, mit Abhängigen diskutiert man nicht über die Therapie. Das bringt nichts. Und das ist ja halt auch bei den meisten Menschen so. Und dann habe ich Lösungen gesucht. Wie kann man es schaffen, die Transformation der Menschen irgendwie, sie an die Hand zu nehmen und das zu machen. Und da geht ein Dank an Sarah Yvonne Elzer von We Tech Told. Also Tech Well Told. Ach, ich kann es kaum. Tech Well Told. Das ist sozusagen sie übersetzt Nerdwissen, damit Normalsterbliche das auch verstehen und nicht gleich beim ersten Wort abschalten. Und darüber bin ich dann halt gekommen. So wir müssen einfach mit eine gemeinschaftliche gemeinsame Aktion schaffen, wo Menschen anfangen ins Handeln und ins Machen zu kommen. Und dann war auch die Idee, es muss stetig passieren, weil steht der Tropfen, erhöht der Stein. Und damit war die Idee entstanden. Und dadurch, dass ich nicht sehr gut schreiben kann, habe ich halt JetGPT gefragt mit dem einfachen Satz, schreibe ich mir eine Kampagne über einen Aktionstag zur Rettung der Erde. Und ich war sehr erstaunt davon, wie viel diese KI darüber wusste, wie wir die Erde retten sollten. Ich hatte ja nur diesen einen Satz gesagt. Und da war schon mehrere Seiten lang der Bericht darüber, wie wir es machen können, in welchen Dingern. Und dazu habe ich dann halt gemerkt, okay, dann kam halt auch das Wort Rescue davor und ziemlich viele Worte. Und dann bin ich darüber gegangen, habe die JetGPD nochmal gefragt, suche mir alle Worte, die mit RE anfangen und mach die entsprechenden Handlungen dazu. Und dann wurde das PDF noch länger und größer. Ich hatte also ganz viele Handlungen und Möglichkeiten, wie man das machen kann und ganz viele Beispiele. Und was natürlich klar war, es war ein riesiges, ein riesiger Berg, World Awards. Und dann die nächste Frage, jetzt weiß ich das, aber wie erfahren das die restlichen Menschen? So, und dann habe ich angefangen in meinem Netzwerk auf LinkedIn, halt vermehrt mich mit Menschen zu vernetzen, die da auch so drin sind, und habe denen halt immer ganz böse meine ewig lange Nachricht geschickt. Komm, rettet die Welt. So, nur dass sie halt ewig lang war. Und es kamen kaum Reaktionen, bis dann die ersten Texte zurückgeschrieben haben, so kannst du es nicht machen. Aber ich unterstütze dich dabei. Und habe dann meinen riesigen, langen Wust an Wörtern in verständliche Sachen sogar gebracht, dass ich halt eine verständliche Mail hatte, die ich verschickt konnte. Und habe dadurch halt auch immer mehr Menschen halt angesprochen. Und dann habe ich den ersten Rescue Day zum September gemacht und habe mich dann gefreut, dass eine Person mitgemacht habe und davon berichtet hat, wie sie in dem Tag die Welt retten will oder was sie dazu macht. Ich glaube halt dabei, dass es halt ein exponentielles Erbwachstum gibt, wenn ich das erste Mal ein hatte. Beim zweiten Rescue Day waren es zwei. Heute ist der dritte Rescue Day und ich hatte vier Reaktionen, auf denen dann Sachen darüber berichtet wurden. Und jetzt geht es darum, welche Beispiele und Handlungen habe ich bisher jetzt dort auch gepostet. Weil ich habe jetzt die letzten Monate halt immer mein Feed durchsucht und immer Aktionen weltweit gesucht, die man an so einem Tag machen kann und die andere Leute inspirieren kann. Und die eine Aktion, die ich gefunden habe, das ist Just Dig It. Just Dig It, die sitzen in Afrika und fangen einfach an, Löcher zu graben in ausgetrockneten oder dürren Wüsten. Und es sind nicht nur ein Loch, nicht nur zwei, sondern es sind unendlich viele Löcher, die dann, wenn es Regen kommt, sich da unten das Regenwasser sammeln oder halt auch die Feuchtigkeit nicht durch den Wind weggepustet werden und damit die Samen eine Chance haben, sich zu erholen. Und da sieht man so, dass nach zwei, drei Jahren diese sonst kargen Wüsten wieder zu einem Wald oder zu einem grünen Land geworden sind. Das ist die eine Sache. Und das, was ich jetzt hier in Lübeck hier unten kennengelernt habe, war, das waren die mit den Bäumen. Das ist, wo habe ich es denn, die gemeinsamen Buddeln, die sich zusammensetzen und mit dem Lübecker Stadtwald in Lübeck halt den Wald wieder aufforsten wollen und mit gemeinsamen Aktionen halt über Spenden basiert, dass Firmen und Privatpersonen Geld eingeben können, dass halt der Lübecker Wald wieder verbessert wird und vergrößert wird. Ein schönes Beispiel gibt es noch aus Mumbai. Da hat ein Anwalt 2015 angefangen, mit einem kleinen Team den Strand wieder aufzuräumen, weil er halt ziemlich dick mit Plastik umsät war. Und nach drei Jahren, nachdem dieser Strand sauber war, sind die ersten Schildkröten wiedergekommen. Also es zeigt, dass halt auch so kleine Aktionen, in Anführung halt Müll aufzusammeln, den Müll wieder aus der Natur rauszuholen, Auswirkung hat und sich das wieder weiter trägt. Und wenn man das jetzt auf das macht, wie ich das hier mir vorgestellt habe, ist, dass halt man in kleinem und großem, in der Stadt, auf dem Land, in der Firma, im Betrieb, eine Aktion oder etwas macht, was die Welt besser macht. Wenn man sich halt in der Firma überlegt, ist das Geschäftsmodell, was wir haben, gut? Können wir nicht an einer Stelle etwas machen? Und darüber dann halt berichten und als gutes Beispiel voranzugehen. oder halt wie nutze ich mein, um dann das Bewusstsein darauf zu bringen, wie ist mein Handabdruck? Wohin greife ich im Supermarkt? Welches Produkt nehme ich? Weil das ist immer die aktive Entscheidung, wie man die Zukunft gestalten kann durch das, was man tut. Und als Schlusssatz jetzt in dem so eine, wo ist er jetzt hier? Der Wandel wartet nicht auf uns, wir sind der Wandel. Und um das nochmal zu sagen, heute ist der dritte Rescue Day und es wird ja immer die Zahl von 2030 gesagt, bis dahin müssen wir einen Wandel schaffen. Das sind circa noch 70 Tage, 70 Rescue Tage, gut zweieinhalb Monate, um die Welt zu retten in Anführungsstrichen. Aber man weiß halt auch, dass erst nach der 60. Wiederholung gewisse Sachen eingeschliffen werden in das Bewusstsein. Und deswegen habe ich diese Idee reingebracht, dass es jeden ersten Freitag ist. Besonders, weil es fällt nie auf den 13., damit man halt den Freitag nicht auch noch mit diesem Problem belegt. Und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr noch weitere Fragen? Guckt mich jetzt sehr fragend an. Ich hätte auf jeden Fall noch eine Frage. Wie schaut es aus mit, du meintest, also hast du vielleicht schon quasi so eine Liste, was schon gemacht wurde an diesem Freitag? Oder was war da so der Beispiel? Also ich habe auf LinkedIn eine Seite, weil derzeit bin ich es noch alleine und meine beiden Texte. Und da poste ich halt alles, was zu dem Bereich halt interessant ist. Also ich durchsuche den Feed und sage hier ein gutes Beispiel dafür, ein gutes Beispiel für den Bereich. Und damit baue ich dann sozusagen schon einen Pool an guten Beispielen auf und hoffe natürlich, dass halt durch diese stetige Wiederholung jeden Monat etwas mehr wird, was an guten Beispielen ist, um es dann irgendwann halt auch mal mit anderen Organisationen in Zusammenhang zu bringen. Also ich will daraus keine große Organisation machen, sondern es geht einfach nur darum, das Bewusstsein zu schaffen, dass auch andere Organisationen diesen Tag immer als Anlass nehmen, so komm, wir machen wieder was und wir sprechen darüber. Nur immer diesen positiven Vibe dabei zu haben und diese mahnenden Worte einfach wegzulassen, weil ich glaube, die mahnenden Worte haben wir jetzt eigentlich genug gehört, sondern es geht eigentlich darum, in den positiven Wandel zu kommen. Noch eine Frage? Dann bedanke ich mich, dass Sie da gewesen seien. Ja. Ja. Ja.